Heute bin ich nochmal im Schwarzwald, eigentlich ja tief im Schwarzwald, nämlich in einem Stollen. Schau ins Land, hier ist dieses Bergwerk, wo früher Zinn und Blei und Silber eben gefördert worden ist. Auf diesen Schienen heraus fuhren dann eben diese Loren und haben dann dieses ganze Gestein hinausgefahren. Die Bergleute haben hier gearbeitet und an meinem Helm sehen sie, man muss es tragen hier unten, dass auch gewisse Sicherheitsvorkehrungen da sein müssen, dass also Sicherheiten da sein müssen, dass man Schätze heben kann aus einem Bergwerk. Aber auch wir als Kirche oder wir als religiöse Menschen heben ja letzten Ende Schätze. Jeder Mensch hat seine Schätze, hat seine inneren Werte und Talente, seine Fähigkeiten, seine Schätze und die muss man heben. Wie bei so einem Bergwerk eben auch. Und man muss auch gewisse Sicherheiten einbauen, dass nicht einfach der Schatz gehoben wird, vielleicht einfach dann auch gar nicht zur Geltung kommt, gar nicht genutzt werden kann oder dass auch Falsches gehoben wird. Man muss gewisse Dinge auch im Blick haben, wie in einem Bergwerk, wie in einem Stollen. So muss man das natürlich auch, wenn man religiös Schätze heben will. Aus Völkern, aus einzelnen Menschen heraus oder auch aus gewissen Umständen, die wir in unserem menschlichen Leben heraus erfahren. Und ich glaube, Schätze heben ist eine Aufgabe, die wir immer wieder wahrnehmen und die immer wieder auch zu unserem Leben gehören. Darüber sich mal Gedanken zu machen, vielleicht heute mal an diesem Tag diese Zeit dafür zu nutzen. Ihnen allen einen gesegneten Tag, Ihr katholischer Fernsehseelsorger Pater Alfred Tönnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017